Hallo und willkommen bei American Bacon Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir ein Rezept für Erdnussbutterkuchen. Das ist ein Rezept, das ich sehr lange gebraucht habe, um zu entwickeln und das ist einfach, weil ich richtig stolz bin. Ich hoffe, das schmeckt euch auch. Legen wir los! Genug Zutaten, wir brauchen einen halben Cup oder 125 Gramm Erdnussbutter, einen halben Cup oder 110 Milliliter Öl, zwei Cups oder 400 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Salz, ein Esslöffel Backpulver, ein Esslöffel Vanillerextrakt bzw. drei Esslöffel Vanillezucker, drei Cups oder 375 Gramm Mehl, einen Cup oder 225 Milliliter Milch, sechs Eiklar. Ich fange an, die Eier zu trennen. Wir brauchen nur das Eiklar. Ich fange an, die Eier zu trennen. Ich fange an, die Eier zu trennen. Ich fange an, die Eier zu trennen. Dann schlage ich das Eiklar zu steifen Spitzen, zur Seite setzen. In einer separaten Schüssel Erdnussbutter, Öl und Zucker kombinieren. Vanille, Salz und Backpulver dazu. Mehl in drei Mengen abwechselnd mit Milch in zwei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Glockenzeuge. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Glockenzeuge. Und dann ist er, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Glockenzeuge. Bis hierhin ist der Teig ziemlich dick und Eischnee rein falten. Ich werde nichts vormachen, das war ziemlich schwer. Es braucht vorsichtiges Röhren und der dicke Teig wird nicht gerne mit den Eiern kombinieren wollen am Anfang. Aber einfach weitermachen, das ist der wichtigste Schritt, um die Konsistenz perfekt zu bekommen und es wird eventuell zusammenkommen. Teig in eingefettigte, belegte Backformen einkippen. Backen bei 350 Grad Fahrenheit bzw. 180 Grad Celsius ca. 35-15 Minuten oder bis ein Zahnstocher sauber wieder rauskommt. Das erste, was ich dabei gemerkt habe, dass der Kuchen weder zu klebrig noch zu fettig ist. Er ist wirklich die ideale Konsistenz für Kuchen. Ich ebnete den Kuchen und man kann sehen, wie leicht und fluffig er ist. Nachdem ich Dutzende Rezepte für Erdnussbutterkuchen ausprobiert habe und jedes war entweder zu fettig, zu schwer, zu brüselig oder zu trocken. Aber dieses ist keiner davon. Ich freue mich wirklich drauf. Für mehr Torten und Rezepte besucht unsere Webseite bei AmericanBakerInGermany.de Wir sind auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Abonniert für mehr Rezepte! Bis zum nächsten Mal.